Wir sind hier mit einer Rube Tollenkunde. Eigentlich die drei Hündinnen wurden zu uns gebracht, weil ihre Mama gestorben ist. Und man hat sie zu uns ins Tierheim gebracht. Die kleine schwarze Hündin ist Chester. Sie ist besonders lustig, spielt sehr gerne und ist sehr freundlich mit anderen Hunden. Die wundervolle Griffonmix-Hündin ist die Liebe Wider. Sie ist sehr sanftmütig, sehr freundlich im Umgang und mag auch andere Hunde sehr, sehr gerne. Die kleine vorwitzige blonde Hündin ist Lula. Sie ist auch, wie die anderen beiden, sehr, sehr freundlich mit anderen Hunden. Und hier haben wir noch unseren Max. Er lebt momentan mit den drei Damen zusammen im Gehege. Die vier kommen sehr, sehr gut miteinander zurecht. Er kommt. Nehmt. Ja. Taxi. 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 Vielen Dank.